Also ich glaube es ist ein Mädchen, aber ich kann es nicht beschwören. Erinnert mich auf jeden Fall unglaublich an Inside und an Limbo, das Spiel. Man wacht irgendwo auf oder kommt irgendwo zu sich oder so. Um einen herum lauter Monster, Horror und weiß der Geier was alles. Schon wieder Hunger. Ich hasse sowas, ey. Halt's Maul! Pornik! Warum bist du denn weggerannt? Warum bist du denn weggerannt? Warum bist du denn weggerannt? Na, jetzt habe ich die Schminke im Mund. Nein! 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 ... Hä, warum ist der mir jetzt nicht nachgeräumt? Hat er jetzt einfach nur Schwein oder was war das? Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Ich hab schon gedacht, ey, der erwischt mich jetzt! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, ganz ehrlich. Ey! Und dann hängt das ja dran. Ach komm, leck mich doch! Vielleicht müssen wir ihn auch einfach hier hinten einspannen. Jetzt hat er mich wieder erwischt. Vielleicht müssen wir ihn auch einfach hier hinten drin einspannen, das kann auch so sein. Also muss man halt irgendwas ausprobieren, ich kann jetzt auch nicht, äh... Ich weiß halt auch nicht, was ich machen muss. Aber ich denke, wir werden jetzt wie gesagt nochmal die Aufnahmelister schon langsam mal beenden. Ein bisschen übertrieben gerade. Oh Gott! Na komm, na komm! Nein! Jetzt zieht er mich raus! Oh ne! Okay. Ey! Ich hab nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Muss ich irgendwann mal anders, mal in Ruhe machen. Na gut, Leute. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Und ja, das ist jetzt ein Wochenendprojekt. Das heißt, es kommt nur am Wochenende. Und ich weiß noch nicht, ob ich das durchzocke. Das ist jetzt halt für Halloween ein bisschen gedacht. Kann also sein, dass es bloß einen Part davon gibt. Oder dass es halt jetzt drei Parts gibt, weil ich halt drei aufgenommen habe. Oder vier. Wie weit habe ich aufgenommen? Eine Stunde 24. Also werden vielleicht mehrere Parts kommen. Ob ich es weiter spiele, weiß ich noch nicht. Weil ich bin kein so ein Horrorfan, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und ich werde jetzt nochmal überlegen, ob ich Limbo oder so noch aufnehme. Ansonsten werde ich auf jeden Fall jetzt mal was essen. Ich habe nämlich Hunger. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Tschau, Leute.